servus pyrus herzlich willkommen zu einem neuen prospekt vorstellungsvideo heute gibt es den feuerwerksprospekt vom netto markendiscount ja es ist immer einer der prospekte der irgendwie mit als letztes kommt und er ist auch jetzt noch nicht offiziell auf der webseite draußen es ist jetzt zum glück endlich im feuerwerksforum mal eine vernünftige screenshot und beziehungsweise vernünftige bilder aufgetaucht des feuerwerksprospekts weil ich habe extra damit gewartet auch wenn es andere schon gemacht haben aber ich habe keinen bock den prospekt vorzustellen aus screenshots aus den screenshots aus dem video heraus das ist ja quatsch also jetzt hier wenigstens mal gescheite bilder und jetzt können wir hier in ruhe den prospekt des netto markendiscounts durchgehen ja netto hat komet das sollte denke ich schon mal eben vorneweg klar sein entsprechend für viele wahrscheinlich schon gleich mal vorneweg so komet scheiße aber wartet mal ab lasst uns mal den prospekt anschauen hätte ich gesagt hier auf der ersten seite starten wir direkt mit dem giga shot verbunden gab es auch schon die letzten jahre für 9 euro 99 bekommt man hier einen kleinen verbund und der ist eigentlich gar nicht so verkehrt wenn wir mal ehrlich sind denn er hat hier insgesamt 49 schuss 60 sekunden brenndauer bis zu 20 mm kaliber klar hier vorne weg so eine kleine kometen knister batterie aber ansonsten hat er trotzdem auch batterien mit dabei der ist zwar am ende wirklich winzig also das ist ein kleiner verbund aber für 999 kommen kann man das eigentlich echt mitnehmen finde ich und der ist hier auch gleich wieder vorne auf der startseite fett beworben auf der nächsten seite geht es weiter denn hier haben wir gleich eine batterie der neon line von komet die dieses jahr neu rausgekommen ist sky battle für 1999 36 schuss 26 mm kaliber 45 sekunden brenndauer rote und grüne knallsternen mit gold glitzer effekt und blinksternen hier nach silberböbel und abschließendes finale aus gold knisterwolken warum eigentlich nicht dann haben wir hier fire freak für 17 99 eine 25 schuss batterie bis zu 25 mm kaliber 45 sekunden brenndauer effekt beschreibung rote knallsterne mit silberglitzer und crackling effekt gefolgt von limonenfarbenen und blauen sternen anschließend wieder farben und goldene knallsterne mehr schlag finale aus goldenen feuerblumeneffekten man sollte komet wirklich eine chance geben sage ich euch wirklich komet hat durch ausfallende sachen man muss halt nur gute deals schießen und netto ist finde ich zumindest in manchen produkten gar nicht so überteuert dann haben wir hier high to the sky für 12 99 abschuss von leuchtenden feuersternen in grün rot und silber teils mit knister effekt gefolgt von knallsternen final salve mit silberknister effekt 60 schuss insgesamt 70 sekunden brenndauer bis zu 16 millimeter das ist eher so ein ding zum warm schießen die sky hammer 1999 haben wir hier 40 sekunden brenndauer 29 millimeter kaliber 18 schuss ja gleichzeitiger abschuss von knisterfeuertopf in goldweiden effekt mit goldglitzer in silberglitzer effekt mit roten sternen und den goldglitzer effekt mit grünen sternen jeweils im wechsel abschließendes dreischlag finale mit knisterfeuertopf und crackling sternwolken dann die ultimate ein richtig fettes teil 30 millimeter kaliber 24 99 27 schuss 70 sekunden brenndauer hochsteigende chrysanthem effekte und sternenregen finale mit dreifach salve aus roten schweifsternen und crackling palmen weiter geht's mit seite nummer vier wir haben übrigens insgesamt elf seiten also wir haben noch ein bisschen was zum durchblättern midnight machine ein verbund feuerwerk für 19 99 152 schuss bis zu 18 millimeter kaliber allerdings nur als jetzt nichts gigantisch großes 100 sekunden brenndauer aber hey zum vor null uhr 100 sekunden feuerwerk für 19 99 warum nicht ganz ehrlich fantastic five für 19 99 hier ein set mit fünf verschiedenen kleineren batterien alles durchnummeriert von 1 bis 5 also die heißen jeweils fantastic five und dann halt von 1 bis 5 über 145 schuss ja ist jetzt persönlich nicht so mein geschmack 120 sekunden brenndauer 148 schuss insgesamt bis zu 20 millimeter kaliber auf der nächsten seite haben wir dann noch zwei weitere verbund feuerwerke feier symphony für 29 99 195 schuss 115 sekunden brenndauer bis zu 20 millimeter kaliber dann das verbundfeuerwerk pyro power mit 139 schuss 115 sekunden brenndauer bis zu 17 millimeter kaliber für 39 euro 99 dann hier den feier cocktail für 14 99 fontänen kombination mit silber den goldenen grünen blauen roten und liederfarbenen sternfarbigen glitzer und knister effekt also zum teil sind dafür lange effekt beschreibungen dabei wahnsinn 110 sekunden brenndauer hier in dem fall 14 99 ein röli verbund gibt es hier auch für 7 99 175 schuss ich sag mal so es gibt läden da ist das deutlich teurer also von daher war color stars die megabox mit leucht starken artikeln diverse leucht sortierungen hier mit drin 19 99 allerdings ist da jetzt nicht so viel drin wie das aussieht 25 100 und 175 schuss multicolor batterien und dreimal 20 schuss römische lichter also im grunde vier artikel drin für 19 99 auf der nächsten seite king of thunder für 12 99 schweif ausstieg in rote und grüne chrysanthemen jeweils im wechsel finale mit insgesamt sieben schuss beginnend mit dreifach salve abschließend vierfach salve für 12 99 dann fire stepper für 9 99 dies eigentlich echt ganz nett 24 schuss batterie das ist diese das müsste diese treppe sein ja genau das ist diese treppe sieht man ja auch 30 sekunden brenndauer 24 schuss 20 mm kaliber ist ganz nett gewesen eigentlich letztes jahr dann die superstars das ist eine fontaine von komet für 390 auch das ist auf jeden fall ganz okay 50 sekunden brenndauer die werde ich mir denke ich auch mitnehmen so jetzt kommen wir hier zu einer echt coolen geschichte mikrofeuerwerk to go an sich eine richtig coole serie hier jetzt relativ teuer für 4 99 gibt es beim marktkauf alles für 1 euro günstiger also ich werde zum markt kaufen und mir alles einmal mit einpacken das ist so mein plan aber was gibt es hier glitterfontäne dann magic shiny sparkle stars und funky also nicht alles davon sind fontänen hier oben sind jetzt glaube ich alles drei fontänen so wie das aussieht ne wobei auch nicht nur die äußeren beiden die magic ist keine fontäne wohl das ist eine feuertopf batterie also es ist eine bunte mischung dabei ich finde es an sich richtig cool ich werde es mir allerdings halt für jeweils 399 einmal mit einpacken alles auf der nächsten seite haben wir dann ein bisschen raketen sortimente was haben wir hier das space fever ein familiensortiment für 999 bunte sortierung dann touch the sky für 999 mit acht raketen drin das space rockets für 14 99 mit 13 raketen und hier die gold and glory für 999 mit sechs goldraketen ja an sich echt eine coole raketenauswahl muss ich sagen vor allem preislich auch gar nicht so teuer also es geht das fontänen sortiment nightlight mix für 999 21 teilig aber aufgemerkt wunderkerzen sind hier drin zehn stück bedeutet zehn wunderkerzen das heißt nur elf fontänen aber trotzdem für 999 könnte man sogar überlegen mit einzupacken dann gibt es hier unten noch ein bisschen jugendfeuerwerk festival dance full action box und captain crazy alles zu relativ normalen preisen auch das muss ich gestehen ist relativ teuer das big banger back für 999 nice sortiment spricht mich tatsächlich absolut gar nicht an muss ich gestehen der china böller d schinken relativ interessant für 699 ich persönlich werden wir jetzt nicht mitnehmen aber für viele von euch interessant weil die reinen china böller schinken sind irgendwie komplett aus den discountern auch verschwunden mehr oder weniger hier für 699 sogar noch zu einem relativ moderaten preis für die aktuellen verhältnisse und die riesen kanonenschläge für 1 99 die sind leider sehr enttäuschend die werde ich glaube ich dieses ja auch gar nicht mit einpacken die wunschrakete noch für 2 99 und dann war es das richtig ja also insgesamt finde ich das angebot gar nicht so schlecht ich finde man sollte komet schon eine chance geben vor allem preislich ist es jetzt alles nicht so krass überteuert finde ich es geht noch also da habe ich schon deutlich teurere läden gerade bei kometware gesehen von daher es ist okay ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr das angebot findet ob ihr euch dort was holen wird und dann sollte das mit dem heutigen prospekt vorstellungs video gewesen sein ich hoffe das video euch gefallen dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten video ciao macht's gut und dann Bis zum nächsten Mal.